Moinsen liebe Eobami und herzlich willkommen zu einer Außenaufnahme. Meine Mutter wird mich jetzt filmen, während ich fahre. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich übergebe jetzt an meine Mutter. Naja, zunächst steht er ja noch ein wenig. Dass du zu dumm bist zum Fahren, das wissen wir schon. So, sein Lieblingsbeschäftigung, Geisterfahrer. Und reine Nebel. Jetzt kommen wir an die Kugel. Hey, Kugel! Fahr-S, Fahr-S. Fahr-S, 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 Fahr-S. Fahr-S, 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 Fahr-S. Wie üblich versucht er mal wieder rückwärts zu fahren. Wie üblich versucht er zu fahren, wie üblich versucht er zu fahren. Das kann ja nicht lange dauern, da versucht er es wieder als Geisterfahrer. Also, dann gehe ich wieder zurück.